Hallo zusammen. Hallihallo zusammen. Hallo, ich darf euch wieder mit Stefan zusammen begrüßen. Hallo. Hallo. Heute darf ich euch zusammen mit dem Stefan vom Amputiertenfußball begrüßen. Hallo, wir begrüßen euch wieder recht herzlich. Hallo, ich bin Stefan vom Amputiertenfußball in Hoffenheim und bin heute gespannt, was mich hier erwartet. Gut, dann legen wir mal los. Zu Beginn wieder erstmal was ruhiges zum Ankommen. Ihr dürft euch in eine bequeme Stellung bringen im Sitzen, also entweder knien oder, wer möchte, Schneidersitz oder Langsitz. Können wir ganz, wie es euch passt, aussuchen. Und dann legen wir die Hände locker auf unsere Oberschenkel, atmen tief durch die Nase ein und aus, schauen, dass wir aufrecht sitzen, dass unser Brustbein nach vorne geht. Ihr dürft die Augen schließen und konzentriert euch auf euren Atem. Tief durch die Nase einatmen, spürt in euren Brustkorb, wie sich die Rippen heben und wieder senken, wie sich das Brustbein hebt und senkt. Und wie der Bauch bei der Einatmung nach vorne geht und bei der Ausatmung wieder zurück. Lasst alle Gedanken, die euch jetzt in den Kopf kommen, vorbeiziehen wie Wolken. Haltet nirgends fest, sondern kommt im Hier und Jetzt an und spürt in euren Körper. Wenn es irgendwo zwickt oder zwackt, nimmt es einfach kurz wahr, aber haltet den Gedanken nicht fest, sondern lasst ihn auch weiter ziehen. Stellt euch vor, als wird euch jemand hier mit einem Faden in die Aufrichtung ziehen. Die Schultern sind entspannt und der Atem fließt. Wandert gedanklich wieder von eurem Bauch in eure Rippen zu eurem Brustbein und spürt die Bewegungen, die durch den Atem entstehen. Dann atmet noch zweimal tief ein und aus. Und öffnet langsam eure Augen. Sehr gut. Dann kommen wir in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unter unseren Schultern eingeriestet, die Füße liegen flach am Boden. Und mit der Einatmung machen wir ein Hohlkreuz und nehmen den Kopf in den Nacken. Und mit der Ausatmung machen wir einen Katzenbuckel und schauen zu unserem Bauchnabel. Mit der Einatmung wieder Hohlkreuz, Kopf in den Nacken. Mit der Ausatmung Katzenbuckel und zum Bauchnabel schauen. Das dürft ihr alle in eurem eigenen Atemrhythmus machen. Und spürt die Beweglichkeit eurer Wirbelsäule. Haltet auch hier eure Schultern entspannt und denkt daran, nur durch die Nase ein- und auszuatmen und den Atem fließen zu lassen. Noch dreimal. Und dann alles entspannen. Und dann dürft ihr die Prothese anziehen. Dann machen wir einen Ausfallschritt nach hinten. Der hintere Fuß steht quer, der vordere steht gerade. Wir beugen das vordere Knie, heben die vordere Hand und die hintere Hand an, kommen in die Kriegerposition. Wer kann, geht noch ein bisschen mehr ins Knie vorne. Und wir atmen wieder gleichmäßig. Achten darauf, dass der hintere Arm ungefähr so hoch ist wie der vordere. Und wieder durch die Nase ein- und ausatmen. Mit der nächsten Ausatmung gehen wir mit der vorderen Hand entweder aufs Knie oder auf den Boden. Wir strecken die hintere Hand nach oben und schauen zu unserem Daumen. Und wir atmen wieder gleichmäßig durch die Nase ein- und aus und halten das Ganze nochmal drei Atemzüge. Da kommt die Hand, die nach oben gestreckt ist, nach vorne, neben die andere Hand. Und wir drücken uns wieder ab und kommen in den Stand. Und wechseln nun die Seite. Das rechte Bein ist vorne, das linke ist quer. Wir atmen wieder ein, gehen mit dem Knie nach vorne und strecken unsere Arme. Der Blick geht über den Mittelfinger und wir atmen. Vorderes Knie ist gebeugt, so weit wie es geht. Mit der nächsten Ausatmung sinkt die Hand wieder auf den Oberschenkel oder auf den Boden. und unser Blick geht zum Daumen von der linken Hand. Drei Atemzüge halten. Und die Hand, die nach oben gestreckt ist, kommt zur anderen Hand. Wir drücken uns wieder ab, kommen in den Stand und wechseln nochmal die Seite. Mit der Einatmung wieder beide Arme heben, das vordere Knie beugt sich. Wir schauen über den Mittelfinger. Und mit der nächsten Ausatmung geht die Hand wieder auf den Oberschenkel oder zum Boden. und Blick Richtung Daumen der anderen Hand. Dreht euch hier richtig schön auf im Oberkörper, dass ihr die Drehung im Rücken spürt. Und drei Atemzüge halten. Mit der nächsten Ausatmung senkt sich die Hand nach unten. Wir kommen in den Stand und wechseln nochmal die Seite. Mit der nächsten Einatmung die Arme strecken. Über den Mittelfinger schauen. Knie vorne ist gebeugt. Mit der nächsten Ausatmung geht unsere Hand auf den Oberschenkel oder Boden neben den Fuß. und wir schauen zu unserem Daumen. Drei Atemzüge halten. Die Drehung im Rücken spüren. Vorderes Knie noch weiter beugen, wenn möglich. Mit der nächsten Ausatmung die Hand nach unten setzen. Und wieder in den Stand kommen. Wir beginnen mit dem Oberkörper. Wir kreisen mit den Armen. Machen kleine Kreise nach vorne. Und dass sie immer größer werden. Achtet darauf, dass ihr schön langsam und groß und weit ausholt. Das Ganze dann rückwärts und immer kleiner werden. Dann nehmen wir die Arme nach vorne. Und machen drei Stufen. Immer leicht nach oben. Das Ganze zehnmal. Da müsst ihr wirklich drauf achten, dass ihr die Ellbogen leicht nach oben nehmt. Okay. Dann. Ah, diesmal. Heute im Sitzen und mit zwei Bällen. Am besten nehmt ihr da diese Softbälle, die man auch gut zusammendrücken kann. Und genau so fangen wir auch gleich an. Die Ellenbogen sind angebeugt, liegen am Oberkörper an. Handflächen zeigen zur Decke. Und ihr dürft abwechselnd rechts, links mal den Ball zusammendrücken. So fest wie es geht. Ihr sitzt aufrecht, euer Brustbein zeigt nach vorne. Die Schultern sind entspannt und ihr atmet gleichmäßig ein und aus. Und dann dürft ihr die Hände nach unten drehen und das Gleiche weiter machen. Und etwas schneller. Das hört sich an wie ein Schlauchboot aufpumpen. Oh, jetzt an sie. Und dann wieder die Handfläche nach oben drehen und die Arme nach vorne strecken. Und schnell, 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 tack, 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 tack. Und nach unten drehen. Und dann Arme senken und Pause. Mal die Schultern zum Ohr ziehen und wieder fallen lassen. Sehr gut. Und mal die Schultern nach hinten kreisen. Und dann nehmt ihr die Bälle auf eure Oberschenkel und dreht sie jetzt mit euren Fingern. In eine Richtung. Hand-Finger-Koordination. Und schneller. Und Richtung wechseln. Dann nehmt ihr eure Arme. Verschränkt sie. So, dass ihr dann die Bälle aneinander drückt. Und jetzt mit der Einatmung streckt ihr die Arme. Bein nach oben. Mit der Ausatmung nach unten. So weit strecken wie es geht. Mit der Ausatmung nach unten. Noch zweimal. Noch zweimal. Und dann wechselt ihr und überkreuzt in die andere Richtung. Und das gleiche nochmal. Mit der Einatmung nach oben strecken. Mit der Ausatmung nach unten. Mit der Ausatmung nach unten. Mit der Ausatmung nach unten. Und noch zweimal. Mit der Ausatmung nach unten. Mit der Ausatmung nach unten. Und dann nehmt ihr die Bälle, setzt sie ganz hinten an eurem Oberschenkel an und rollt sie jetzt bis runter zu euren Füßen. Der Oberkörper beugt sich dabei langsam nach vorne, über die Schienbeine, über die Füße. Wenn ihr unten seid, konzentriert ihr euch darauf den Nacken locker zu lassen, den Kopf ganz locker hängen lassen und dann geht ihr mit den Bällen wieder hoch und richtet euch langsam. Und das Ganze machen wir fünfmal. Okay. 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 Sehr gut. Dann geht ein Ball wieder zwischen die Knie, die Füße gehen ganz zusammen und wir versuchen, dann den Ball um unsere Füße zu rollen. 쪽 entdecken und richtungswechsel. Und wir bleiben so und versuchen jetzt den Ball hinter unserem Rücken und unter unseren Beinen durchzugeben. Der Kopf ist entspannt. Und dann Richtungswechsel. Und dann richten wir uns nochmal auf. Ziehen nochmal die Schultern zum Ohr, lassen sie wieder fallen. Und kreisen sie nochmal nach hinten. Wer kann, der hebt jetzt die Knie an und gibt den Ball in der Achterform unter den Beinen durch. Wer die Funktion vom Hüftbeuger nicht hat, der macht es über den Rumpf und gibt es so in einem Kreis durch, jeder wie er kann. Achtet darauf, dass er schön gerade sitzen bleibt. Und dann Richtungswechsel. Und auch die, die es so machen, machen einen Richtungswechsel. Auch hier achtet ihr auf den geraden Rücken, auf die Atmung. Und dann machen wir Pause. Ihr dürft euch mal anlehnen, richtig bequem sitzen, fühlt euren Atem. Und dann machen wir das Ganze noch eine Runde. Wieder im Achter oder im Kreis, wer die Beine nicht anheben kann. Wenn ihr es im Kreis macht, macht einen Richtungswechsel. Und dann Pause. Mal tief durchatmen. Arme, Schultern nochmal lockern, lockern, lockern. Gut. Dann dürft ihr den Ball zwischen eure Knie klemmen und mal ganz fest zusammendrücken. Halten. Und langsam lösen, ohne dass der Ball runterfällt. Und jetzt könnt ihr die Fußspitzen noch mit hochziehen, zusammendrücken, halten. Und langsam wieder lösen. So weit lösen, dass die Muskeln entspannen können, aber der Ball trotzdem nicht runterfällt. Und nochmal, Fußzehen hoch, Ball zusammendrücken und halten. So fest wie es geht. Und wieder ganz langsam lösen, ohne dass der Ball rausfällt. Und wieder zusammendrücken, Fußzehen hoch und drücken, 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 drücken. Und langsam wieder lösen. Das müsstet ihr jetzt hier spüren an euren Adduktoren. Oder Volker? Genau. Und noch zweimal zusammendrücken, Fußzehen hoch und drücken, 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 drücken. Atmen, aufrecht sitzen. Langsam wieder lösen. Und letztes Mal zusammendrücken, halten. Sehr gut. Und wieder lösen. Dann nehmt ihr den Ball wieder in eure Hände. Hände. Ihr dürft nochmal die Schultern greifen. Wer kann da mal die Beine ausschütteln. Und dann leinst auf, dc? Geht weiter. Auf Wiedersehen. Sch Treiben.